Mein Gott, Paige, was ist passiert? Ich bin gestürzt im Park. Ist es schlimm? Nein, ist es nicht. Setzen Sie sich doch. Hier. Okay, schreiben Sie. Okay. Meine liebe Elfrida, es war mir eine große Freude, Sie am Mittwoch zu sehen. Nach weiterer Abwägung. Können Sie es bewegen? Tut es weh? Naja, schon ein klein wenig. Wo? Hier an der Seite. Aha. Ich habe eine Salbe. Hat mir mein Arzt verschrieben, als ich Weihnachten die Treppe runtergefallen bin. Bei Christie's. Meine Güte. Oh Mann, oh Mann. Das war vielleicht peinlich. Ich habe getan. Als wäre nichts passiert. Aber die Schmerzen. Aber die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Okay. Schreiben Sie bitte. Nach weiterer Abwägung denken wir, dass 20 Millionen eine faire Bewertung für das Bild wären. Und natürlich auch den Verkauf erleichtern. Wissen Sie, Art, es geht schon. Es ist okay, ehrlich. In ein paar Minuten wird sie nichts bespüren. Art, Art, oh, Art. Entschuldigen Sie. Die Havermeyers sind in der Galerie. Okay.